Servus, Leute, hallo, ich bin's MarsXD, ganz genau und willkommen zu einem klitzekleinen Commentary. Es ist in einem Lauf-Gameplay, das Ganze habe ich heute Nachmittag gespielt. Zwar war es ein wenig problematisch, bis man erstmal eine Lobby findet, aber am Ende wurde ich wenigstens um 30.000 Blobs-Dollar reicher. Ich nutze einfach schnell die zwei Minuten, um ein paar Informationen herauszugeben. Und zwar ist die erste, ich habe mittlerweile über 10.000 Abonnenten. Dafür möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bedanken und ich kann euch versichern, es wird ein Special kommen. Sogar ein besonderes Special, ein spezielles Special, aber dafür brauche ich noch ein wenig Zeit, also geduldet euch noch ein wenig. Dann die zweite Information ist, dass ich ein neues, hübsches Kanaldesign habe. Das Ganze hat der Wuzon Design designt und ja, es gefällt mir wirklich sehr gut. Schaut bei ihm vorbei, ihr könnt ihn ja auch fragen, ob er euch ein Design macht. Er macht das Ganze schon ziemlich professionell, sogar in einem Livestream. Ich habe ihm live zugeschaut und er hat echt gute Arbeit geleistet. Schaut bei ihm vorbei, der Link ist in der Beschreibung. Genau wie der nächste Link und zwar habe ich vor ein paar Wochen ein Video bei den German Top Gameplays kommentiert. Ein wirklich schönes Gameplay, German Top Gameplays. Das ist einfach ein Kanal, wo regelmäßig sehr gute bis exzellente Gameplays hochgeladen werden. Die werden von deinem Kommentatoren, von deinem Kommentator deiner Wahl kommentiert und da war ich auch einmal dabei. Auf jeden Fall war es es auch schon, so schnell kann es gehen, dass einem Lauf Gameplays vorüber es hat. Gerade so hingepasst mit den Informationen und demnächst wird es natürlich wieder ein normales Commentary geben, in einer normalen Länge. Von daher bis zum nächsten Mal Leute. Tschüss.